hallo ja hallo knochen hier mit oh die ist nackt ja schön die hat nix an hier guck mal guck mal rüber hier ja was soll ich mir nackte weiber angucken ja ja steht ja schon also du stehst ja da und und der ob du bist und es reicht wenn ihr zweitlich da also wir sind wieder mit mir wieder zeit wir wollten ja eigentlich wir heißen der scheiß romeros aftermath spielen aber die server sind ja offline mit körper also gibt es das nicht wie können wir uns denn einladen hier was sind das in gruppe einladen bisher simpel hallo big franfie so wir haben ja noch irgendwie quest zu erledigen hier ich fühle ich weiß gar nicht wo wir hier eigentlich sind ich glaube hier kann man rausgehen ne in der taverne oder hatten wir noch was zu tun ich sehe quest aber die sind grau glaube ich ne was muss auf diese tür klicken mit recht irgendwie hängt das hier nach keine textur haben sich aufgebaut ach doch jetzt ach weißt du noch wie das war das ist schon wieder ne weile her ich äh puh wie war denn das äh was denn wo ist denn das hier also es werden ja quest angezeigt hellsand insel hellsand insel da müssen wir irgendwie wieder hin und dann und die gab kann man ne ich klicke jetzt mal auf aber m nö irgendwie pennt er da nur so rum so da guck mal da ist irgend so ein begleiter von jemanden guck mal weil da sitzt auch so ne komischen ding ins kirchen da ach so das sind die begleiter von jemanden und wenn hier weiter kommt irgendwie anforderungen verfügbar ich kann was haben hier was kannst du hier haben dies ist ein sozialer stelle der von allen klassen getragen werden kann anforderungen ausgewählt geht mal her hier ok ihr folgendes objekt erhalten das ist mein inventar ich hab nen umhang bekommen oh guck mal der sieht ganz cool aus hier mhm oben links steht bei mir nix dann darfst du den nicht haben ich glaube wir müssen raus hier scheiße ich glaube wir müssen wieder über diesen Hafen und dann durch dieses Portal da weisse ach so was ist denn klitter was ist denn klitter war das hier hast du auch so leichte mini ruckler immer echt ja gut dann sind wohl die server voll also leute es liegt nicht an meinem rechner ja ich kann es mir leisten hier auch mit windows xp mittlerweile zu spielen ne ich hab mich gewundert weil sonst hab ich nie das Problem gehabt vielleicht sind da lauter Leute die Aftermath spielen wollten oder so ich hab dich nicht weg ich hab dich nicht ah guck mal hier gibt's böse wollen wir die ah komm die hauen wir jetzt einfach weg huaaaaaah oh sind wir nicht schon mal gestorben hier mhm ne das war weiter hinten da ist noch einer den kommen wir auch noch schnell weg juhuuu aber zu looten gibt's auch nix ne nein ja warum haben wir die weggehauen weil du die weggehauen wolltest ja ich dachte da gibt's noch irgendwas was ist aber schiss hier kennst du noch den weg zu diesen ne ich kann auch diese karte ehrlich gesagt nicht lesen äh ich kann mir diese karte nicht klar ey wir sind wieder am Anfang pass auf das war hier irgendwo dieser Umhang fetzt obwohl er mir ein Ticken zu groß ist er ist auch irgendwie steif ne ja gut da sind ja auch Schädel irgend so Knochen und so drauf guck mal die killen hier auch so Zeugs hm das ist ne krächt naja ah guck mal Hafen da oben ist auch ein betrunkener Pirat hier sind lauter betrunkener Piraten diese scheiß Gildeneinladung hier oh ich bin tot toll ich bin tatsächlich oh ich glaub die sind zu schwer für uns echt ne ich glaub echt die sind ein bisschen zu hart hier glaub ich auch scheiß alter ich weiß gar nicht wie ach ich bin Stufe 7 ich dachte ich wäre 17 ich hab's mit einem anderen Spiel verwechselt da bin ich da sind wir 17 also Wildstar hier weißt du ach naja kann dir mal vorkommen und wieder rein ja du sagst aber auch nix lass mich da einfach reinlaufen soll ich mal machen dir spaß hm ja wie immer sie ja du bist ja mal ein Kumpel echt ey ich dachte ich bin größer ne hier ist zu hier geht's nicht weiter oder was ne hier ist glaube ich falsch hier waren die ach hier ist der Hafen oder oder kamen wir gerade von hier scheiße ich seh echt nicht kamen wir von hier links links hier sind die hier bei den Piraten nee ja hier sind die Piraten hoa das ist sehr cool was wir das auch das tut auch nix naja bust ja auch fold niest ma so ist das manchmal im leben Das ist halt uncut, wie es ist. Bist du? Ich lobe weg von dir. Guck auf die Minimap. Hier kann man nicht markieren. Das bist du nicht. Ach, Mann. Verfolge mir einfach. Richtiges. Das ist so, wenn du einmal nicht hinguckst, dann bist du immer weg. Du siehst für mich aus wie so eine liederfarbene Figur. Auf der Minimap. Du bist jetzt irgendwo, ja, ich seh dich. Jetzt durfst du wieder vor. So, weiter geht's. Was hast du gesagt? Was? Idiot. Guck mich auch. So, jetzt probieren wir es nochmal. Du läufst gleich mit, siehste? Du sagst nicht. Nein, da gehen wir nicht hin. Hier war auch noch ein Quest hier beim Leuchtturm Fische holen. Da sind wir gestorben. Aber wir können mal kurz gucken. Ich weiß ja nicht mehr, welche Stufe wir hatten. Ist ja auch schon gut drei Monate her jetzt fast. Ja, die gleiche, die wir jetzt haben. Sicher? Ich bin sicher, dass wir schon mal aufgestiegen sind jetzt. Aber irgendwie sind da auch Spieler, glaube ich, oder? Oder vergucke ich mich da? Guck mal, hier gibt's auch eine Quest, aber die ist erst für größer. Kommt man hier nicht rein? Sind wir hier richtig? Ja, hier ist doch der Leuchtturm. Guck mal, da prügelt sich schon einer. Der macht die alle klar hier. Und wir müssen ja nur Fische einsammeln. Oh, wir kommen gar nicht dazu, irgendwas zu machen hier. Frischer Fisch. Die, die hier hängen? Ja, vier Stück braucht man davon. Klaut ihr mir die Fische hier? Ich hab' einen. Ja. Hier liegen auch noch Fische, aber... Wo läufst du denn da lang? Ah, komm, hier, komm, 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 die spawnen wieder, die Fische. Du hast jetzt nicht... Oh, nein! Du hast auch so, glaube ich, was zum Essen. Das war sehr viel, wird so einfach hier. Unten die Fische zu holen, ne? Hast du jetzt alle Fische? Ja. Das ist ja... Cool. Cool. Ich weiß. Natürlich weißt du auch nicht mehr, wo man die abgibt, ne? Ja. Bei dem hier vielleicht, ne? Okay. Turach, ich seh' da schon was. Ach komm, wir machen erstmal die scheiß Insel da oben, oder? Okay. Lauf, 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 lauf! Was hast du gemacht? Was? Der kam da einfach, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der herkam. Der war plötzlich einfach da. Guck mal, man kann hier... Oh! Man kann hier hochklettern. Kletterpunkt. Ihr braucht 75 Punkte. Öffnet das Menü, Fähigkeiten und Attribute. Ja, weiß ich doch nicht, wo ist denn das? Weiter. Hey, der witzgeilte. Hier irgendwo war da... Ich weiß, hier irgendwo war ein Boot und da kommt man rauf und dann ist man da irgendwie hingekommen, oder? War da so? Ja. Warte um, ab hier. Vielleicht das hier? Ne, das war hier hinten. Hier sind nämlich die Händler, da kann man sich Sachen kaufen, das weiß ich noch. Aha. Und da unten ist so ein Boot, da kann man über die, äh, übersetzen zur Insel. Mhm. Ach, siehste, das waren doch... Mhm. Mhm. Dauer eine Stunde, rote Rüben. Ah ja, das ist ja Buff-Food hier. Ah ja, das ist ja Buff-Food hier. Ich kaufe mal so einen Aal-Kuchen. Achso, oh, jetzt habe ich schon zwei gekauft. Gesundheitsregeneration zwischen Kämpfen. Ich nehme das Zeug hier, was irgendwie Leben regeneriert, wo war das? Gekaufte Süßkartoffeln kaufen, kaufen, kaufen. Was hat der Schmuggler hier noch? Oh. Wieso bin ich in einer Gilde? Weil du wohl irgendwann mal raufgeklickt hast. Und du dachtest, das wohl... Weiß ich nicht. Ja, frag mich nicht, ich war noch nie in einer drin. Ich lehne das ja immer ab. Verlassen. Ja. Ich esse gerade so eine Süßkartoffel und buffe mich hier. Ich weiß noch nicht wo dieser Buff erscheint. Fähigkeiten und Attribute, ach guck mal hier. Aber hier kann man ja eh keine Punkte vergeben. So. Ach hier steht 60 Minuten. So, Schivski Schivski, da, guck hier ist es, Hellsandrinsel. Ah ja. Das da. Und wollt ihr nach Hellsand reisen, episch, wo ist der Unterschied? Die Haushalt, wie euch erwarten, sind tödlich, aber überhaupt lohnenswert, normal. Du musst auf normal klicken dann, ne? Und die, die alles kaputte. Wann bin ich schon mal auf der Insel? Ja, da haben wir was gemacht, ja. Quest hier, weil er, äh, 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 äh. Panther Fleisch besorgen. Ah, Panther Fleisch besorgen. Wir müssen uns hier ein paar Panther rumhauen hier. also irgendwo sind hier panther und die müssen wir weghauen hier sind krokodile aber da hinten ist glaube ich ein panther oh schönes wasser, hier ist ein panther, junger pupp mich an panther hinter dir wieso kann ich schon wieder nicht einsammeln hier so, davon brauchen wir jetzt noch viel das ist hier in dem ganzen gebet da unten sind panther